Aquabeam ist ein innovatives Therapieverfahren für die gutartige Prostatavergrößerung, mit dem wir quasi die Behandlungsphilosophie komplett über den Haufen werfen, weil wir relativ unabhängig vom Operateur, Roboter gesteuert, die ein Ultraschallbild der Prostata nutzen, um das Gewebe zu identifizieren, was zu viel ist, was weg muss und das von einem Hochdruckwasserstrahl eben wie gesagt robotergesteuert entfernen lassen.